sitzt alles richtig gut also hallo da bin ich wieder euer kalle von ich schnippel immer noch am jahresrückblick 2020 und bin noch nicht fertig warum weil ich nicht nur labarabar machen will sondern es euch gefallen soll also ich schöne filmchen dazu zu den einzelnen themen bringen will und das jahr hat ja ein bisschen was aus der corona auch noch zu bieten gehabt ja also und wenn dann noch dazu kommt dass dieser ich darf ja nicht zu laut sagen kommt man ja finde das hört crasht er glatt noch mal also wenn dann noch der computer zweimal du crasht und ich wieder von vorne anfangen kann ja dann ist alles vorbei ja aber ich darf euch versichern der jahresrückblick 2020 kommt es wirken mit die üblichen verdächtigen aus dem spencer kosmos und übrigens zum ersten mal auch die plötzlich wieder aufgetauchte zwillingsschwester von mir ja kalinka nach dem ende ihrer beziehung mit einem von und zu jetzt nur noch zu ja dann kommt tante elfriede er sieg linde mache ich natürlich und die quitsch boys karl heinz karl otto karl gustav ja und noch der ein oder andere darüber hinaus ein paar beispiele zu nennen also hennig blückbaum war mal im juni zum beispiel da und hat mit mir dann arbeiten an quitsch boys finanisiert die er eben dann auch gebaut hat das hat richtig spaß gemacht ja und den wollen wir natürlich in dem was wir dort zeigen auch vermitteln schließlich benötigen wir ja auch darüber hinausgehend die jungs für unseren cinemastreifen ja und ja hier haben wir zwei bilder auch benutzt von den ehemaligen quitsch boys also den feuer aus der serie damit wir uns genau daran orientieren wie die neuen an ihm gebaut werden ja und dem juli hatten wir dann einen kleinen überfall von duften bienen wenn ich das so sagen darf ja irgendwas folgt das ist hier gerade sogar na super ja die sucht eine neue heimat da rufe ich die gewerkschaft von damals sondern egal eine freundliche nachbarin vermittelte uns dann einen kontakt zu einem hobby imker und der hat dann uns ganz professionell geholfen ja der mark da danken wir aber der film darüber der kommt im ende januar und ein bisschen mehr davon wird es dann eben im jahresrückblick geben jedenfalls war in der lage uns die summende last abzunehmen und was kann ich sonst noch so erzählen ja na ja unsere kleine kamelei mit jan böhmermann und dem zdf magazin royal und dass wir eine ganze menge promis gehabt haben die sich zu unserer serie bekannt haben was uns natürlich auch spaß und freude gemacht hat war schön genauso wie diese unterhaltung zwischen böhmermann und olli schultz die dann auch mal so einiges zum besten gegeben haben ja und ich habe in analogie zu der gerade hochgeladenen silvester folge ihr habt ja gesehen nach dem motto dass es spensters durchbruch eine episode rausgesucht die wie soll ich sagen euch sicherlich auch gefallen wird und die man deren inhalt man quasi in diesen tagen wieder nicht nur voll nachvollziehen kann sondern gebrauchen kann gesundheit sage ich dazu nur viel spaß hallo liebe freunde von a bis step von 1 bis 100 verloren bis süden und osten bis westen hier bin ich wieder euer lieber guter alter spenzer gesundheit gesundheit danke elvis du sagst es gesundheit das ist es was wir alle brauchen was wir alle haben wollen wenn wir krank sind und woran wir gar nicht denken wenn wir sie haben die gesundheit du hast mich angesteckt aber ich würde ich habe da noch ein bisschen genießt dann ist das bestimmt eine ganz halbtückische krankheit wenn ich von deinem riesen husten bekomme helvis unsinn alter junge komm hier kopf hoch wir machen weiter aber du hast leicht reden du hast ja nur einmal genießt ich habe und huste seitdem ohne unterbrochen aber das kann doch nicht sein krank bitte rufe lexi an der einzige der verstehen wird also wenn du es brauchst ist lexi ja lexi ja bitte augenblick ich verbinde mit einem husten ich bin krank ich bin krank das tut mir leid was hast du denn das eben weiß ich ja nicht ich habe von spencers niesen husten bekommen aber elvis das geht ein äußerst interessanter fall wie sagtest du sind deine beschwerden ich habe von spencers niesen husten bekommen siehst du ja merkwürdig also mal sehen was im gesundheitslexikon schön die hand von bund ja immer schön nein also es tut mir leid aber ein niesen ist hier nicht bekannt sie gibt zwar verschiedene formen der tröpfchen infektion das wird es doch nicht sein auch hals und ohren schmerzen aber nie husten vermutlich eine ganz neue krankheit danke lexi da hast du eine ganz neue krankheit ich bin krank ich gehe nach haus wahrscheinlich habe ich hohes fieber das ist aber kein guter anfang für die sendung über gesundheit leute unsere besten geneesungswünsche für elvis so ein kleines hüsterchen wird ihn doch wohl hoffentlich die gleich umpusten wir aber machen weiter mit lulu wunderbar wunderbar lalalalalalala lalalalalalalalala hä ha wer hustet da es elvis wo bist du hier oh warum bist du denn so klein ich bin krank und deshalb bist du so klein nein doch sondern weil ich krank da niederlege ach so Oh, was hast du denn? Lexi sagt, ich habe eine ganz neue Krankheit. Oh, mein armer Elvis. Hat die Spencer geärgert? Nein, er hat mich genießt. Und ich habe auch noch Gesundheit gesagt. Du hustest aber. Das ist es ja. Über Nieshusten steht kein Wort in Lexis Gesundheitslexikon. Eine ganz neue Krankheit. Dabei ist bestimmt kein Arzt was dagegen. Ich werde da hinschmacken. Oh, mein armer Elvis. Ach, das tut gut, wenn du armer Elvis zu mir sagst. Hast du Fieber? Ich hole das Fieber-Thermometer. Nein, warte, ich habe schon Fieber gemessen. Kein bisschen Fieber. Wo warst du denn eigentlich? Da komme ich mal krank nach Hause und schon bist du nicht da. Ich war bei Mona und Lisa. Aber sie haben so viel von Krankheit und schlechtem Wetter geredet, dass ich gegangen bin. Sie meinen, es sei eine Griffe im Anzug. Im Anzug? Dann war die bestimmt in meiner Hosentasche. Und jetzt? Nein, nein, nein. Nicht so im Anzug. Das sagt man doch so. Sie kommt angezogen. Herangezogen. Und ich habe sie schon. Was hast du denn? Du wirst mich anstecken. Also Lulu, jetzt bring doch nicht alles durcheinander. Du sollst dich nicht anstecken. Du sollst mich pflegen. Ist das klar? Alice, ich weiß, was wir machen. Wir gehen zu Poldi zur Kur. Der hat doch da so Dämpfe in seinen Kraterlöchern. Die sind heilkräftig und die atmest du ein und dann wirst du ganz, ganz, ganz schnell wieder gesund. Tja, vielleicht wäre das ganz gut. Aber der weite, weite Weg. Wir können ja überall rasten. Bei Lexi, Kasi, Nepi, bei den Quietsch-Boys und bei Mona und Lisa. Bei den Zwillingen kann man nur einmal rasten. Das genügt auch. Komm, steh auf. Steh auf, steh auf. Ich bin krank. Du musst mir aufhelfen und mich stützen. Den ganzen Weg lang. Und wenn es ganz schlimm kommt, musst du mich tragen. Geht so. Sacht, sacht. Ich bin schwach. Ganz geschwächt. Armer Elvis. Vorsicht. Wehe also, Leute, dass der Elvis mir ausfällt. Ausgerechnet in dieser Sendung über die Gesundheit, weil er krank ist. Mal Kasi fragen, ob er aushelfen kann. Kasi. Jawohl. Ja, hallo. Hier ist Kasi mir. Ja, hallo, Gesundheit, Kasi mir. Warum sagst du Gesundheit? Ich hab doch gar nicht genießt. Egal, egal, egal. Gesundheit kann man immer brauchen. Elvis ist nämlich krank. Kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen? Ach, so gleich, natürlich. Wo ist Elvis denn? Wieso denn, Elvis? Mir sollst du helfen. Bist du auch krank? Was fehlt dir denn? Mir fehlt Elvis. Das ist doch keine Krankheit. Hilf dir selber. Ich helfe Elvis. Wie? Was? Oh, was? Ach, weg ist er. Na, lässt mich einfach hängen. Hilft nichts. Also, Leute, bei uns geht's jetzt weiter mit den Queech Boys und ihrem Song von der knackigen Gesundheit. Die Queech Boys. Wir hören oft, dass man uns sagt, dass jemand eine Krankheit plagt. Oft sind Wehwehchen schon der Grund und mancher fühlt sich ungesund. Das hören wir uns ganz still an und dann sind diese Zeilen dran. Wir Queech Boys haben sehr viel Kraft. Oh Mann! Wir wissen auch, wie man das schafft. Wir trimmen uns und bleiben fit und haben immer Appetit. Wir wissen da ein Hausrezept. Damit wird jeder aufgekackt. Kopf, kühle, Füße, warm, das macht den besten Doktor arm. Kopf, kühle, Füße, warm, das macht den besten Doktor arm. Denn wenn wir fit sind und gesund, gibt's für den Doktor keinen Grund. Und fühlen wir uns erst frisch und mutter, ja, dann kriegt uns keine Krankheit unter. Kopf, kühle, Füße, warm, das macht den besten Doktor arm. Vitamine. Das war eine Karotte, ja? Vitamin-Worte. Gesunde Kost und etwas Spott. Viel frische Luft an jedem Ort. Das wird entspannend und gibt Kraft, weil es auch gute Laune schafft. Wir leben nach dem Hausrezept. Das hat uns Queech Boys auch gepenkt. Kopf, kühle, Füße, warm, das macht den besten Doktor arm. Kopf, kühle, Füße, warm, das macht den besten Doktor arm. Ein kühler Kopf ist fieberfrei und warme Füße mit dabei. Das sind die Zeichen, die bedeuten, wir brauchen nicht beim Arzt zu leuten. Klingeln. Kopf, kühle, Füße, warm, das macht den besten Doktor arm. Alle Ärzte mal herhören, ab heute Urlaub. Wer hustet denn da? Elvis ist krank, verzeiht die Störung. Na klar, Krankheit geht versongen. Wie ist denn das passiert? Also, ich bin im Studio, der Spencer niest, ich sage Gesundheit, er sagt Danke und schon hat er mich angesteckt. Aber du hustest doch. Ja. Und du sagst, Spencer hat genießt. Das ist ja das Beunruhigende. Über Nieshusten steht nichts im Gesundheitslexikon, sagt Lexi. Eine ganz neue Erkrankung. Armer Elvis. Das hat er gern, wenn man armer Elvis zu ihm sagt. Zwei, drei, armer Elvis. Tja, dann wollen wir mal weiter, nicht? Lulu, du hast doch nicht nach dem Fieber geschaut. Kein Fieber. Noch immer kein Fieber? Stellt euch vor, noch immer kein Fieber. Schau mal, der arme Junge ist schon ganz blau vom Husten. Das kann das nicht passieren, hä? Ja, sowas. Yes! Tsch! Na, nüvera... Also, was hast du denn? Wusstest du auch? Was ist denn los? Elis hat uns angesteckt. Ey, das ist ja nun ziemlich blöde. Da muss ich doch gleich mal rübergehen und nach der Gesundheit von den Quietsch-Boys gucken. Oder? Nee, ich glaube, ich gehe doch erst mal zurück und sage an, wie es in der Sendung weitergeht. Nicht wahr? Nee, ich gehe doch erst mal rüber. Krankheit geht schließlich vor Sendung. Spencer! Spencer! Kasi, gut, dass du da bist. Du siehst ja aus wie eine Krankenschwester. Bruder, Spencer. Krankenbruder. Ich habe Elvis in seinem Waggon nicht getroffen. So schwer scheint der nicht krank zu sein. Doch, das heißt, auch. Aber die Quietsch-Boys auch, ja? Elvis auch, der ist gerade auf dem Weg zur Kur. Ah, dann gehe ich ihn suchen. Oh, nee, nee, nee. Such mal die. Ich meine, besuch doch mal die. Also, geh doch mal rüber zu den Quietsch-Boys. Unbedingte Wettruhe, Husten, Epidemie-Gefahr. Ich will eben nur ansagen, wie es hier mit der Gesundheit weitergeht. Kommen wir dann gleich nach, ja? Leute, weil hier alles hustet, gucken wir mal nach, wie es beim gesunden Nepomuk steht, ja? Hallo, Nepi. Wie heiß ich? Verzeihung, hallo, Nepomuk. Klingt schon besser. Sag mal, Nepomuk, hast du in deinem Schloss eigentlich auch eine Bibliothek mit Gesundheitsbüchern? Ich möchte nämlich... Das fehlt gerade noch. Hast du in deinem komischen Pilz nicht schon genug Papier? Du liest doch sowieso dauernd. Ja, das stimmt. Aber weißt du, es geht mir darum, dass ich... Ja, wenn es stimmt, weiß ich nicht, wieso du dich hier überhaupt noch herumtreibst. Du siehst doch, dass ich hier beschäftigt bin. Aua! Was? Du hast hier auf deinem Schloss einen beachtlichen Haufen Gerümpel liegen, Nepomuk. Der nächste Fußgänger wird über dein Zeug stolpern und sich eine Rostwunde zuziehen. Und daran bist du dann schuld, Nepomuk. Ach, Quatsch. Hier stolpert niemand. Elvis! Niemand? Was ist los? Gleich zwei auf einmal. Steh auf, Elvis. Dazu bin ich zu schwach. Nimm die Hand vor den Mund, Elvis. Dazu bin ich auch zu schwach. Komm, Lexi, lass mich da mal hin. Lass mich mal rasten. Wir sind auf dem Weg zur Kuh in Paul des Kraterdämpfens. Was hat denn der Elvis? Also, ich bin im Studio, der Spencer niest. Ich sage Gesundheit. Er sagt noch Danke und schon hat er mich angesteckt. Es hat mich höllisch erwischt. Aber du hustest doch. Und das, obwohl der Spencer genießt hat. Das ist ja das Unruhigende. Über Niesthusten steht nämlich nirgendwo was geschrieben. Was ganz Neues. Wie lange das dauern kann, bis es da Medizin gibt. Hast du denn jetzt Fieber? Guck mal nach, Nullo. Nein, kein Fieber. Komm, wir wollen mal weiter, Elgin. Das ist das Unruhigendste. Halt dich fest. Kein Fieber. Ja. Komm. Pssst. Pssst. Und ohne Fieber muss es nur gehen. Oh je, oh je. Wohl wieder eine Andromaxis, sowas. Nicht schlecht gehustet für einen Gesundheitsforscher. Nee, Bubub. Hättest du vielleicht etwas Hustensaft in deiner Schlossapotheke für mich? Komm rein, du schwächliches Würmchen. Brauchst bloß einer mit Husten vorbeizugehen und schon steckt er dich an. Also so geht das ja noch nicht. Kasi. Ja, Spencer. Komm doch bitte mal sofort her. Moment, nur noch den Löffel Medikazin für Karl Gustav. So, München auf. So. Und schön brav zugedeckt bleiben. Da bin ich ja. Und das linke Beinchen. So ist es. Kasi, wo bleibst du denn? Ach, da bist du ja. Komm, mach dich mal sofort auf die Reise. Überall rastet der Elvis und hustet. Und steckt die Leute an. Such ihn doch mal. Ja. Frage ihm, er soll das bitte lassen. Der fahr einer Seuche, Epidemie. Und die Angesteckten, die schickst du gleich in die Quarantäne. Ja, ja. Wohin? Ach so, in die Quarantäne. So nennt man das. Die müssen zu den Quietschpäusch gelegt werden, wegen der Ansteckungsgefahr. Na, so ein Quatsch. Dann sag doch gleich, in die Schuhdeko. Ja, Leute. Und wir, wir machen jetzt weiter mit. Ah, ich wollte eigentlich sagen, mit Lexi und seinem Vortrag über den Mundschutz und andere Schutzmaßnahmen zur Verhütung von Krankheiten. Aber der ist ja jetzt ins Schloss gegangen und hat so eigenartig gehustet. Wer weiß, ob der schon wieder zu Hause ist. Egal, lass es jetzt. Es geht jetzt weiter mit dem Haus von Lexi. Wo ist denn Lexi? Nicht da. Das sehe ich auch. Aber wo ist der? Das weißt du doch selbst. Wahrscheinlich noch bei Nepi. Da schleppt man sich als kranker Mensch zur Kur und dann will man bei Lexi rasten und da ist der nicht da. Und dabei weiß er, wie krank ich bin. Dann rasten wir eben bei Kasi. Das ist ja noch schrecklich weit. Na, so weit ist es auch wieder nicht. Nehmt nicht solchen Unsinn. Für einen schwer kranken Menschen ist jeder Weg zu weit. Guck mir lieber aufs Thermometer. Lass mal sehen. Na, sag ruhig, dass ich immer noch kein Fieber habe. Ich bin auf alles gefasst. Du hast kein Fieber. Es ist nicht auszuhalten. Kasi! Ruf du doch bitte mal. Kasi! Kasi mir! Wahrscheinlich schläft er. Komm, wir fahren mit dem Fahrstuhl hoch. Ich kann ja schlafen, wenn ich schwer krank bin. Ja. Und verschäbt halt. Jetzt auch noch in dieses Karbeuschen. Armer du. Mir ist ganz schwindelig. Ja, vom Fahrstuhl. Nein, weil ich kein Fieber habe. Kasi mir. Kasi? Kasi! Ich bin nicht zu Hause. Kasi, komm, schließ auf. Der Elvis möchte rasten. Er ist so schwer krank. Ich weiß. Deshalb lässt ja der Spenser sagen, ihr sollt nicht überall rasten. Ihr steckt alle an und es gibt eine Epi, 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 Dings. Na, eine Seuche. Ich muss zurück in die Quarantäne-Show. Da gibt es wahnsinnig viel zu tun. Könnt ihr nach der Kur bei Bolli auch mal hinkommen. Prima Krankenhaus. Kasi, lass dir doch wenigstens sagen, wie es zu meiner Erkrankung gekommen ist. Also, ich bin im Studio. Der Schrenzer lief. Ich sage Gesundheit. Er sagt auch noch Danke. Und so war es passiert. Ich hatte einen Husten. Und das Tollste ist, dagegen gibt es keine Medizin. Jedenfalls noch nicht, weil es eine ganz neue Erkrankung ist. Tja, also Leute. Als nächstes, ich soll jetzt nämlich ansagen, weil der Spenser so viel zu tun hat. Und da soll ich jetzt als nächstes ansagen, dass als nächstes, äh, als nächstes, Moment mal. Da war irgendetwas mit zwei. Ach ja. Und schon geht es weiter mit den Zwillingen Mona und Lisa. Ach, das geht nicht. Das kann nur der Spenser, diesen Schnipp mit dem Finger. Ich bin ja immer noch auf dem Bild. Ach ja. Ohne den Schnipp kann es ja nicht weitergehen. Ach, könntet ihr mal eben mitkommen? Ja. Dr. Spenser, Dr. Spenser. Ja, was ist das denn? Dass mir das passieren muss. Nur ruhig, Nippi, das werden wir bald haben. Dr. Spenser. Ja, Schwester. Ja. Ach, gehen Sie doch mal rüber zu, äh, Plexi und ziehen Sie den Puls, ja? Und Karl Otto braucht eine Wärmflasche. Wärmflasche, ja. Ja, aber, äh, das geht nicht, weil ich nicht mal mit den Fingern schnippe. Ach. Ach, ja, natürlich, ach so. Es muss ja weitergehen mit den Zwillingen. Kannst jetzt kommen. Du musst erst husten. Tlinge, 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 tlinge. Ja, bitte, Herr Doktor. Tralalida, tralalala. Ja, ja, ja. Tralalala. Na, wie geht's uns denn heute, liebe Mona? Ich bin Lisa. Ach, ja, ja, bei euch Zwillingen weiß man doch nie. Und wie geht es uns? Wenn sie mich meinen, uns geht's gut. Mhm. Zeig mal deine liebe kleine Zunge. Ja! Also, aber Kind, Kind, doch nicht so frech, als wenn ich deine Schwester wäre. Äh, und die Temperatur? Mami sagt 75,9. Mhm. Ja, alles sehr, sehr gut. Kann ich aufstehen? Nein. Strengste Bettruhe bleibt, Fenster verdunkeln, nichts essen. Hallo Elvis. Um Himmels Willen, Mona, bist du krank? Ich bin Lisa und nicht krank. Wir spielen gerade Doktor. Ach so, ich hatte schon Angst, man könnte sich hier anstecken. Hauptsache, du steckst uns nicht an. Wir wollen nur einen Augenblick hier rasten. Wir sind auf dem Weg zur Kur in Poldis Kraterdämpfen. Du könntest einem armen Kranken ruhig dein Bett für eine kurze Rast überlassen. Entschuldige Elvis. Bitte, bitte. Geh ihm Elvis, hier reinkommen. Ach, das tut wohl. Lulu, habe ich Fieber? Lass mal sehen. Genau, 36,5. Kein Fieber. Das ist eben nicht normal. Mona Lisa, bockt mir doch mal eure Thermometer, ja? Moment mal. Warum bist du denn so hustig? Also, ich bin im Studio. Der Spencer niest. Ich sage Gesundheit. Er sagt noch Danke und schon hat er mich angesteckt. Aber du hustest doch. Das ist ja das Beunruhigende. Über Nieshusten steht nichts im Gesundheitslexikon. Eine ganz neue Erkrankung. Ja, dann wollen wir mal weiter. Warum lässt du mich eigentlich nicht ausreden? Eine ganz neue Erkrankung eben, gegen die wohl so schnell kein Mittel entwickelt werden kann. Tschüss dann und gute Besserung. Was war denn das? Was? Wegen solchen Gefahr dürft ihr nicht mehr hierbleiben. Ihr müsst auf die Quarantänestation zu den Quiech-Boys. Was? Folgt mir. Ui, 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 ui. Also, Leute, oh. Ah, Post. Rohre Post für mich. Ich hoffe, das ist jetzt keine Katastrophenmeldung. So. Also, Leute, es geht weiter. Es geht weiter mit der Gesundheit. Aber fragt mich nicht, wie. Also, überall, wo dieser Hustenbold Elvis auftaucht, da geht es nämlich weiter mit der Krankheit. So. Was schreibt uns denn der Frank aus Eidelstedt? Ja. Kann uns der Elvis über den Fernsehkanal auch anstecken? Meine Mutter macht sich Sorgen. Müssen wir abschalten. Ah. Lieber Frank, liebe Mutti, hier spricht der Fernseharzt. Leute, keine Gefahr. Übers Fernsehen kann man sich nicht anstecken. Na, und jetzt geht es weiter mit Poldi. Psch. Das ist doch der. Nee, der ist das nicht. Das ist... Jedenfalls ist das mein Mittagessen. Ja. Der Elvis ist das. Und die Lulu zum Nachtisch. Haha. Jam, 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 jam. Ich bin Poldi. Der schönste. Juck krachen der Welt. Brrrua. Und ich will dir fressen. Und dir als Nachtisch. Aber Poldi, du wirst doch nicht deinen Arm zähnen Kranken fressen wollen. Nee, 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 nee. Keinen Arm kranken, sondern dir und dir. Aber Elvis ist doch ein armer Kranker. Wir möchten eine Kur machen in deinen Kraterdämpfen. Ach. Damit Elvis seinen Husten los wird. Ach, ja, dann, 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 dann macht mal Kur. Ja, schön tief einatmen. Oh, schönen Dank, lieber Poldi. Oh, bitte, bitte. Aber keine Ursache. Aber wenn du wieder gesund bist, dann fress ich dir. Und dir auch. He, he. Lulu, Lulu, ich glaube. Was ist denn, Mandela? Oh, Lulu. Bist du wieder gesund? Ach was, gesund? Guck mal auf die Thermometer. Ach, meinst du? Oh. Tatsächlich? Fieber, Lulu? Sag's ruhig. Fieber, sag's doch. Ja, 38, 1. Und es steigt und steigt. 38, 2, 3, 4, 5. Auf allen drei Thermometern. Du hast zusammen über 100 Grad Fieber. Elvis. Hey, du Mittagessen. Ich denke, du wirst hier gesund werden, damit ich dir fressen kann. Stattdessen kriegst du hier Fieber. So heiß esse ich doch nicht. Da verbrenne ich mir ja das Maul. Ja. Bei dir kommen die Gewitter ganz schön plötzlich. Und jetzt werde ich auch noch krank. Ach, nö. So nett, aber auch. Wenn ich nämlich krank werde, dann habe ich gar keinen Appetit mehr. Auf dir nicht. Und auf dir auch nicht. Aua. Was ist denn? Ich habe mir hier am Krater den Fuß verbrannt. Und ich schmeiße mir die Jungdrachenseele aus dem grünen Leib. Und dich auf Fieber. Los, wir gehen an die Krankenstation zu Spencer. Aber ihr müsst mich stützen. Nee, nee, los. Das tut so weh. Ach, stütz dich doch selbst. Hau. Wer stützt dir eigentlich weh? Auf dass das Haus voll werde. Leute, Leute, Leute. Eine ganz gesunde Sendung sollte das mal werden. Aber außer mir und Kasi, da, naja. Ich werde jetzt mal rübersehen und die Neuzugänge verarzten, ja? Also, wir schalten um zur Husten-Klinik. Sagen Sie mal. Ach, ja, alles klar, Sie können aufhören. Strenge Bettruhe? Bettruhe, Temperatur, Puls, Warenwickel, Wärmflasche, Saftensis, Hustulorum, dreimal täglich einen Esslöffel. Hallo, kranken Bruder, wie steht's, wie geht's mit unseren Patienten? Na, zwei Neuzugänge schon vom Arzt. Nur noch diese Dame da. Oh, ja, dann sagen Sie doch mal A. Ich habe mir die... Bitte sagen Sie A. An den Polding-Kratern habe ich mir die... Mit Ausnahmen haben wir jetzt nicht zu rechnen. Da haben wir gar keine Zeit dafür. So, temperatur messen, Puls, Warenwickel, Wärmflasche. Ich habe mir die Zehen verbrannt. Ach so, oh, dann lass den mal sehen. Die Zehen habe ich mir verbrannt an den Polding-Kratern. Ein heißes Bein. Ach so, ja, dann also Kaltflasche statt Wärmflasche, den Hustensaft auf die Zehen träufeln, ja? Mal sehen, wir sind ja nämlich ein hochspezialisiertes Husten-Krankenhaus, wie Sie vielleicht hören. So, liebe Kranke, aufhören mit Husten. Schön schlafen, Nachtruhe. Wir wünschen wundervolle Genesung, werdet gesund, gute Nacht und gute Besserung. Ihr seht, wir sind im Lazarett und gehen hier von Bett zu Bett. Die Kranken sollen gesunden, drum drehen wir hier die Runden. Der Husten, Niesen, Schnupfer, Herr Doktor, einen Tupfer. Noch einen Wickel für den Halt, am besten mit ein wenig Schmalz. Der Husten, Niesen, Schnupfer, Herr Doktor, einen Tupfer. Der muss jetzt bald ein Ende kriegen, sonst fallen auch wir um wie die Fliegen. Nun hat es uns auch noch erwischt, Spencer. Was? Was macht mit der Blut? Euer schrecklicher Husten ist bis Andromeda gedrungen. Ich kann euch mit einer andromedanischen Lichtdusche helfen. Das befreit. Ja, tolle Dusche das, liebe Gali. Galis Dusche hat mehr Kraft als Wickel oder Hustensaft. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja, wie ich schon gesagt habe, Gesundheit brauchen wir alle. Und zwar jede Menge. Und in Corona-Zeiten erst recht, doppelt und dreifach. So, also für den finalen Schnitt, für den Jahresflug 2020 werde ich noch circa eine Woche brauchen. Aber die Premiere kündige ich dann im Netz an. So als Premiere eben. Leute, bitte Daumen hoch und Abo, wenn noch keins hat. Und bis in ein paar Tagen. Euer Kalle von HustenTV. 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 Vielen Dank.